Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück zur allerletzten Season Modern Warfare Schmutz. Und es ist die Season Nummer Schmutz. Nein, es ist Season Nummer 6, Modern Warfare 2, die letzte Season, die, so wie es aussieht, 69 Tage geht. Relativ lang. Gestern das Upgrade gedroppt, ich glaube auf der Playstation über 30 Gigabyte. Also ich habe zumindest über 30 runtergeladen. Und dann haben wir, das machen wir so aus Tradition, wir starten so einmal alle zwei Monate COD aktuell, gucken uns das Update an, lachen drüber und gehen dann wieder. Und dasselbe haben wir gestern getan. Und ich werde für euch zusammenfassen, was drin ist, was meine bescheidene Meinung ist und dann können wir das im Prinzip auch schon wieder relativ zügig vergessen. Was wir nicht vergessen ist, wenn ihr auf den Daumen nach oben drückt, ein Abo dalasst und mich damit unterstützt und den Algorithmus nach oben pusht. Danke, meine Lieben. Danke, danke. Season 6 ist gekommen, wir haben einen neuen Black Cell Pass, wir haben einen neuen Battle Pass, wir haben zwei neue Karten, wir haben zwei oder drei neue Waffen, wenn man die Nahkampfwaffe dazu zählt. Und das war's. Ein kontroverses Thema, was seit langer, langer Zeit so geht, ist der UAV Bug. Sprich, ihr ruft eine Drohne und auf verschiedensten Karten ist es so, dass dann die Minimap völlig spinnt und nicht richtig funktioniert. Dieser Bug ist seit gestern, nein, seit letzter Woche, nein, seit letztem Monat, nein, seit über vier Monaten mittlerweile. Und Infinity Ward ist mit ihrem Haufen von leider unfähigen Mitarbeitern nicht in der Lage, diesen UAV Bug zu beheben. Jetzt haben sie in den Patch Notes geschrieben, dass sie ihn mit diesem Update behoben haben. Das ist das allererste Mal seit vier Monaten, vier, dass sie gesagt haben, ey, da ist ein Problem, ihr habt recht, wir kümmern uns drum. Warum? Tatsache ist, nach Testen gestern kann ich euch sagen, er ist behoben, aber nicht auf jeder Karte. Sie haben die Hälfte der Karten vergessen oder hatten für die Hälfte der Karte keine Zeit mehr. Keine Zeit mehr kann man meiner Meinung nach durchaus auch einmal so erwähnen, denn wir haben bis jetzt keine Roadmap bekommen. Das Update ist aber schon draußen. Und normalerweise kriegen wir immer drei Tage, vier Tage, fünf, sechs Tage vor Release eine Roadmap, auf der steht, das, liebe Leute, kriegt ihr für Warzone, das ist dann Zone-Abteil, das kriegt ihr für Multiplayer und das ist das, was im Shop kommt. Das gab es diese Season nicht. Wir haben eine Roadmap bekommen, eine Roadmap für den Black Cell Pass. Da wurde uns allen Ernstes aufgezeigt, was wir alles Schönes bekommen, wenn wir den Black Cell Pass kaufen. Kauft ihn nicht. Es ist Scam. Es ist absoluter Scam. Kauft ihn nicht. Wenn ihr ihn kauft, ist es eure Sache. Da kann ich euch nur empfehlen, MMOGA ist unten verlinkt, spart ihr Geld, könnt ihr euer Playstation-Guthaben kaufen. Ich würde mir den Black Cell Pass nicht bestellen. Wie sind die beiden Karten? Und ich habe euch ein bisschen Gameplay mit reingetoren von gestern, nichts Großartiges, einfach nur Just for Fun drauf gespielt. Die beiden Karten sind genau so, dass wir nach ca. 3 Runden auf den beiden neuen Karten auf Shoothouse gewechselt sind. Und am Update-Takt spielt man nicht. Es war gottloses Geschwitze. Es war echt anstrengend. Das ist SBMM. SBMM wird im neuen Game dabei sein. Nach 3 oder 4 oder 5 Runden Shoothouse sind wir dann auf Shipment gewechselt. Shipment war spielbarer. Weil halt schneller, aber nicht besser. So kann man es eigentlich, glaube ich, erwähnen. Die beiden Waffen konnte ich nicht freispielen, weil dafür müsste ich eine gewisse Spielzeit an den Tag legen. Und ich sage es euch, wie es ist, ich habe gar kein Interesse an den neuen Waffen. Und ich werde sie mir auch nicht kaufen und den Bettepass leer kaufen, damit ich euch in einem 8-Minuten-Video 10 Kills gegen irgendwelche Spieler mit den neuen Waffen zeigen kann und sagen kann Das ist aber etwas, womit ich Geld verdiene. Deswegen kann ich das machen, kauf das nicht. Es ist einfach Quatsch und wer das macht, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Das heißt, ihr seht, es ist relativ negativ. Dieses Update bringt einfach nichts Spannendes. Jetzt kommt aber das Krasse. 30 Gigabyte, könntet ihr euch denken, für so ein Update. Warum 30 Gigabyte? Warum so groß? Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist ein relativ einfacher. Am 17. Oktober, das ist erst in drei Wochen im Prinzip, kommt das Haunting-Event. Das heißt, das diesjährige Halloween-Event. Und das wird ein relativ großes sein. Und für dieses Event ist jetzt schon im Update eine große Auslagerungsdatei mit drin, die dafür sorgt, dass wir eben auf über 30 Gigabyte kommen. Auf der Xbox, habe ich gestern Leuten gehört, 54 Gigabyte. Absolut krank, solche Größen. Aber das, was da drin ist, ist eben schon Vorbereitung auf dieses Event. Ebenfalls haben einige gesagt, wird vermutet, dass die Beta, die jetzt am 7.10. beginnt, 7.10., am 6.10. müsste es COD-Next-Event sein, ebenfalls über die Applikation MW2 gestartet wird. Das glaube ich, ehrlich gesagt, aktuell nicht. Wir wissen, dass die MW2-Waffen in MW3 mit dabei sein werden. Ich glaube aber, dass sowohl die Beta von Modern Warfare 3, als auch das fertige Spiel später eigene Applikationen, also eigene Startbuttons sozusagen, auf den Konsolen, auf dem PC sind. Was kriegen wir eigentlich im Haunting-Event? Und das wird ein Event sein, wo ihr die Möglichkeit habt, dazu beizutragen, das Ganze zu gewinnen sozusagen, indem ihr Seelen klauen müsst. Und Seelen klaut ihr von Spielern und so, indem ihr sie tötet. Auch hier hat sich Activision selbstverständlich wieder was Kreatives ausgedacht, nämlich die Möglichkeit für euch, dass ihr mit dem Pay-to-Win-Bundle mehr Seelen von Spielern, die ihr tötet, bekommt, als ohne dieses Bundle. Das ist mehr oder weniger Pay-to-Win in einem meiner Meinung nach hier harmlosen Fall, weil, seien wir ehrlich, wen interessiert, ob ich von einem Spieler eine Seele klaue oder fünf Seelen, wenn dieses Game uns allen schon alle Seelen geklaut hat. Aber wenn ihr da eben schneller sammeln wollt und nicht deswegen mehr Kills machen müsst, dann könnt ihr dieses Bundle kaufen. Activision freut sich über euren Thaler in der Tasche von Bobby Kotick. Was ist in der Beta? Was kommt in der Beta? Die Beta ist ja im Prinzip direkt vor diesem Event. Wir wissen es tatsächlich nicht. Es gibt selbst knapp eineinhalb Wochen vor der Beta keinerlei Infos über die Maps, die wir spielen, über die Modi, die wir spielen, über die Waffen, die dabei sein werden. Wir wissen nicht, ob wir zwei, drei oder vier Beta-Maps bekommen. Wir wissen ebenfalls nicht, welche Waffen wir, welche neuen Waffen wir spielen können. Und, was ich mich auch gefragt habe, ob wir in der MB3-Beta schon MB2-Waffen wieder spielen können. Würde das Ganze, so wie es das Game MB3 schon wieder abwertet, natürlich absolut sacken, aber kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das realistisch umgesetzt wird. Ich gehe aktuell davon aus, wie gesagt, keine Infos darüber, wir wissen es noch nicht. Ich gehe davon aus, dass wir eine Auswahl von wahrscheinlich drei Maps bekommen, die erste Woche. Erstmal ist ja Playstation Vorbestellung, dann Playstation generell, dann alle Vorbestellungen, dann alle. Und ich gehe davon aus, dass wir Terminal bekommen, weil sie wissen, dass sie mit Terminal die Leute anziehen und zum Kauf anregen, dass wir vielleicht sowas wie Favela bekommen. Und die dritte, bin ich mir absolut unsicher, könnte im Prinzip jede Karte sein. Dazu gehe ich davon aus, dass wir eine Waffenauswahl haben, die sich so auf 8 bis 10 Waffen beschränkt. Und es wird wie jedes Jahr in der Beta sein. Ihr werdet Beta-Codes durch Zuschauen bekommen. Ihr werdet mit Sicherheit Beta-Codes bei mir auf dem Kanal bekommen. Deswegen lohnt sich das Abo, falls ich wieder wie letztes Jahr welche bekomme. Letztes Jahr habe ich zur MB2 Beta fast 100 Beta-Codes an euch verschenkt. Die habe ich auf Twitter verschenkt. Das war ganz sinnvoll. Ich habe manche im Twitch-Chat live verschenkt. Ich habe so viele bekommen, ich habe die einfach weitergegeben. Manche haben die, habe ich gesehen, für einen Euro verkauft. Das ist mir viel zu blöd. Das wird sich zeigen. Ich denke, dass jeder, der die Beta spielen möchte, auf jeden Fall irgendwie die Chance bekommt. Und wenn es eben nur für zwei Tage am Ende ist, wenn man jetzt auf PC es nicht vorbestellt, dann könnt ihr nur zwei, drei Tage spielen. Das wird alles dazukommen. Das bedeutet, das richtig Spannende an dem Update wird jetzt am 17.10. sein. Das Interessante, auf das mich ich jetzt, naja, was heißt ich, freuen, wo ich einfach sehen will, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, ist MB3. Da werden wir am 7.10. mehr fühlen und am 6.10. beim COD Next Event mehr sehen. Nur Vorsicht in dem Fall, Leute. Da sitzen alles bezahlte Creator, deren Flüge bezahlt werden, deren Urlaub bezahlt wird. Natürlich sagen die, so wie jedes Jahr bei diesem COD Next Event, ist eigentlich ganz gut, man muss vielleicht ein bisschen daran arbeiten. Nehmt es alles ein bisschen sachlich auf, guckt euch die Creator alle an, guckt euch an, was die Meinungen von allen sind, macht euch ein Bild, macht euch ein eigenes Bild und dann entscheidet ihr. Und wenn ihr Bock habt, es zu kaufen, kauft ihr es. Und wenn ihr sagt, MB3 kann mich mal am Arsch lecken, dann kann es euch halt am Arsch lecken. Jeder von euch ist selber seines eigenen Lücke Schmieds in dem Fall. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir offiziell dann MB2 beerdigen können und ich beerdige es für mich intern als größter Schandfleck in der COD-Historie. Kleine Anmerkung noch zum Schluss, Leute. Interessant für viele von euch. Wenn ihr Tarkov-Content mögt oder Stream-Reactions von mir, aktuell ein neues Video online über Sextouristen in Thailand, Shepi hat reagiert, guckt euch meinen Zweitkanal an, ShepiTV. Unten ist der verlinkt. Und den habe ich jetzt extra einmal ins Leben gerufen, damit ihr noch mehr Sachen bekommt, die auf diesem Hauptkanal, wie COD, der hier bleibt, keinen Platz finden. Und glaubt mir, es wird euch gefallen. Es ist Gratis-Content, da ist keine Werbung drauf. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich bin raus.